Herr Kommissar, wir haben vier Anhaltspunkte. Erstens, P ist genau dann schuldig, wenn Q unschuldig ist. Zweitens, R ist genau dann unschuldig, wenn S schuldig ist. Drittens, falls S Täter ist, dann auch P und umgekehrt. Und viertens, falls S schuldig ist, dann ist Q beteiligt. Na dann ist klar, ob wir P, Q, R oder S verhaften müssen. Oh wirklich? Wie haben Sie das schon wieder so schnell herausgefunden? Hättest du den Fall auch so schnell gelöst? Kommissar X ist anscheinend ein äußerst logisch denkender Mensch. Aber was meinen wir mit logischem Denken bzw. Logik überhaupt? Und was hat das eigentlich mit Mathematik zu tun? Logik ist im Alltag allgegenwärtig. Gerade zu jeder Aussage und Meinung kann als Beispiel herangezogen werden. Wien ist die Hauptstadt von Österreich. Graz hat weniger Einwohner als Wien. Wenn es heute regnet, werde ich einen Schirm mitnehmen. Mit Hilfe von Logik können wir überprüfen, ob eine Aussage und alles, was aus einer Aussage folgt, wahr oder falsch ist. Dies festzustellen ist in der Mathematik essentiell, da es in der Mathematik grundlegend um den Wahrheitsgehalt von Aussagen bzw. Beweisen geht. Wie zum Beispiel, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch immer durch 2 teilbar. Das heißt, aus der Teilbarkeit von 4 folgt die Teilbarkeit durch 2. Auch in der Informatik spielt Logik sogar im Aufbau von Mikrochips einen entscheidenden Faktor. Aber das ist eine andere Geschichte. Nun alles der Reihe nach. Logik beschäftigt sich also mit Aussagen. Eine Aussage A ist ein Satz, dessen Inhalt entweder wahr oder falsch sein kann. In jedem Fall kann man einer logischen Aussage somit einen Wahrheitsgehalt W oder F zuweisen. Zum Beispiel Wien ist die Hauptstadt Österreichs. Das ist eine logische und wahre Aussage. Graz hat weniger Einwohner als Wien. Auch das ist eine logisch und wahre Aussage. Graz hat mehr Einwohner als Wien. Ist zwar eine logische Aussage, allerdings ist ihr Wahrheitsgehalt falsch. Aber wie verhält es sich mit dem nächsten Satz? Nachts ist es kälter als draußen. Dieser Satz ist keine Aussage, da ihm kein Wahrheitsgehalt zugewiesen werden kann. Soweit, so einfach. Aussagen stehen meistens nicht allein für sich, sondern beziehen sich oft aufeinander. Dieser Bezug zwischen zwei Aussagen führt zu einer gemeinsamen Aussage, welche nun wiederum wahr oder falsch sein kann. Verknüpfen wir die Aussagen 1 und 2 über das Bindewort UND. So ergibt dies gemeinsam betrachtet wiederum eine wahre Aussage. Wien ist die Hauptstadt Österreichs und Graz hat weniger Einwohner als Wien. Da beide Aussagen wahr sind, ist auch ihre Verknüpfung wahr. Eine Verknüpfung von zwei Aussagen mit dem Bindewort UND nennt man Konjunktion, beziehungsweise das Bindewort auch logisches UND. Eine Konjunktion wird mathematisch mit diesem Zeichen dargestellt. Wie verhält es sich mit den Aussagen 1 und 3? Wien ist die Hauptstadt Österreichs UND Graz hat mehr Einwohner als Wien. Nachdem Graz weniger Einwohner als Wien hat, ist nicht nur die Aussage 3 falsch, sondern auch der Wahrheitsgehalt der Verknüpfung. Da beide Aussagen über ein logisches UND verknüpft wurden, nehmen wir eine fünfte Aussage an. Salzburg ist die Hauptstadt Österreichs. Dies ist zwar ebenso eine Aussage, jedoch ist ihr Wahrheitsgehalt falsch. Ebenso falsch ist somit der Wahrheitsgehalt der UND Verknüpfung der Aussagen 3 und 5, da sowohl die Aussage 3 als auch die Aussage 5 falsch sind. Der gemeinsame Wahrheitsgehalt zweier Aussagen, die durch eine Konjunktion verknüpft sind, ist also nur dann wahr, wenn beide Aussagen für sich wahr sind. Um eine Übersicht zu behalten, welche Kombination von Aussagen gemeinsam wahre oder falsche Aussagen ergeben, verwendet man sogenannte Wahrheitstabellen. Dazu ein Beispiel. Nehmen wir folgende zwei Aussagen an. Aussage A. Am Freitag habe ich noch 100 Euro Bargeld für das Wochenende übrig. Aussage B. Ich gehe am Wochenende Skifahren. Werden beide Aussagen über das logische UND, also eine Konjunktion, verknüpft, so wissen wir bereits, dass eine Konjunktion nur dann wahr ist, wenn beide Aussagen für sich wahr sind. In diesem Beispiel lautet die wahre Gesamtaussage somit, am Freitag habe ich noch 100 Euro Bargeld für das Wochenende übrig und ich gehe am Wochenende Skifahren. Wie wird nun die Wahrheitstabelle gebildet, die alle möglichen Kombinationen und deren Wahrheitsgehalt enthält? Dazu schreibt man in einer Tabelle jede Aussage in eine eigene Tabellenspalte. Also A bekommt eine eigene Spalte und ebenso B. Weiters wird die Verknüpfung, in diesem Fall eine Konjunktion von A und B, ebenso in eine eigene Spalte eingeschrieben. Nun beginnt man, die erste mögliche Kombination in eine Zeile darunter hineinzuschreiben. Also unter dem A wird ein W für wahr eingetragen. Ebenso unter dem B ein W. Nachdem beide Aussagen wahr sind, ist auch die Konjunktion in der dritten Spalte angeschrieben wahr. In die nächste Zeile wird die nächste Kombination geschrieben. A ist wiederum wahr. Aber B sei nun angenommenerweise falsch, da ich am Wochenende z.B. rodeln gehe. Da aber beide Aussagen wahr sein müssen, damit die Gesamtaussage bei einer Konjunktion wahr ist, hat diese Kombination den Wahrheitsgehalt falsch. In die dritte Zeile kommt die nächste Kombination. Der Fall, dass A falsch sei, B aber wahr, da ich am Freitag z.B. nur mehr 50 Euro Bargeld für das Wochenende übrig habe. Auch diese Gesamtaussage ist für eine Konjunktion falsch. Der letzte Fall, A und B seien falsch, wird ebenso in eine eigene Zeile eingeschrieben. Die Konjunktion zweier falscher Aussagen ergibt eine falsche Gesamtaussage. Die Wahrheitstabelle für eine Konjunktion ist somit fertig. Zwei Aussagen können aber auch noch über das logische oder miteinander verbunden werden. Dies wird dann Disjunktion genannt. Als Verknüpfungszeichen wird folgendes Zeichen verwendet, bzw. es wird das Zeichen der Konjunktion umgedreht. Dazu wieder ein Beispiel mit einer Wahrheitstabelle. Gegeben sind die beiden Aussagen A, der Kräutertee ist heiß und B, ich trinke gerne gesüßten Kaffee. Da wir wiederum zwei Aussagen haben, können wieder vier mögliche Kombinationen gebildet werden. Diese vier Kombinationen werden zunächst wieder in die Wahrheitstabelle eingetragen. Die dritte Spalte mit der Verknüpfung durch oder, also der Disjunktion, bleibt vorerst leer. Gehen wir die vier Kombinationen wiederum durch. Kombination 1 Beide Aussagen seien wahr. Die Gesamtaussage ist ebenso wahr. Kombination 2 Nehmen wir an, dass Aussage A wieder wahr ist und Aussage B diesmal falsch, also, dass ich eigentlich nicht gerne gesüßten Kaffee trinke. Nachdem aber nicht beide Aussagen wahr sein müssen, dass sie nicht über ein Und, sondern über ein Oder verknüpft sind, ist die Gesamtaussage dennoch wahr. Es reicht, wenn A oder B wahr ist, damit die Gesamtaussage wahr ist. Kombination 3 ist ebenso wahr, für den Fall, dass Aussage A falsch ist, wenn der D zum Beispiel schon kalt geworden ist und Aussage B aber wahr ist. Denn es reicht wiederum, dass mindestens A oder B wahr ist, damit die Gesamtaussage wahr wird. Nur im Fall der Kombination 4, das heißt, dass beide Aussagen falsch sind, ist die Gesamtaussage falsch, da weder A noch B wahr ist. Die Wahrheitstabelle ist somit fertig. Eine Disjunktion ist also immer dann wahr, wenn mindestens eine der Aussagen wahr ist. Sind beide Aussagen wahr, so ist die Disjunktion ebenso wahr. Das logische Oder ist somit kein ausschließendes Entweder-Oder, bei dem nur eine der Aussagen wahr sein darf, beziehungsweise kann, damit die Gesamtaussage wahr ist. Ein Beispiel, bei dem das nicht möglich wäre, ist, der Ball ist entweder blau oder grün. Er kann nicht gleichzeitig blau und grün sein. Aber dies würde an dieser Stelle zu weit führen. Um in den bisherigen Erklärungen auch falsche Aussagen zu erhalten, haben wir gelegentlich eine Aussage verneint. So ist zum Beispiel die Aussage B, ich trinke gerne gesüßten Kaffee, des vorhergehenden Beispiels in der zweiten Zeile als Verneinung verwendet worden. Also, ich trinke nicht gerne gesüßten Kaffee. Für diese Verneinung gibt es ebenso einen eigenen Ausdruck in der Mathematik. Die Wahrheitstabelle zur Negation ist denkbar einfach. Eine Negation einer wahren Aussage ergibt eine falsche Aussage. Betrachten wir dazu die Aussage A, es wird heute regnen. Ist die Aussage wahr und es wird regnen, so lautet die Negation davon, es wird heute nicht regnen. Aus wahr wird also falsch. Eine Negation einer bereits falschen Aussage ergibt folglich eine wahre Aussage. Wenn es heute nicht regnen wird, so ist Aussage A falsch und ihre Negation somit wahr. Wenden wir uns nun der folgenden Aussage zu. Wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Diese Aussage enthält eine Bedingung, welche den Inhalt der Aussage faktisch in zwei Teile A und B unterteilt, die wiederum als einzelne Aussagen angeschrieben werden können. A, es regnet. B, die Straße ist nass. Eine gemeinsame Aussage, die aus der Verknüpfung von zwei Aussagen durch eine Bedingung erstellt wird, nennt man Implikation oder auch Subjunktion, da eine Teilaussage die andere impliziert, also als Bedingung voraussetzt, um wahr zu sein. Das entsprechende Zeichen dazu ist ein nach rechts gerichteter Pfeil zwischen den beiden Aussagen, wobei die Aussage links vom Pfeil die Bedingung für die Aussage rechts vom Pfeil darstellt. In unserem Beispiel ist also, wenn es regnet, folgt daraus, die Straße ist nass, beziehungsweise es regnet impliziert, die Straße ist nass. Im ersten Fall, dass A und B wahr sind, ist auch die Gesamtaussage wiederum wahr. Man kann es sehr leicht überprüfen und beim Fenster hinausschauen. Aber wie sieht es für die übrigen möglichen Kombinationen aus? Hier hilft wieder die Wahrheitstabelle weiter. Die erste Kombination haben wir bereits besprochen. Kombination 2, A, es regnet, und B, die Straße ist nicht nass, dies ist unmöglich, wenn wir mal annehmen, dass die Straße weder überdacht ist, noch dermaßen heiß ist, dass jede Feuchtigkeit sofort verdampft. Die Gesamtaussage ist somit falsch. Kombination 3, A, es regnet nicht, und B, die Straße ist nass. Die Gesamtaussage kann wahr sein, da zum Beispiel ein Spritzwagen der Straßenreinigung soeben durchgefahren sein könnte. Kombination 4, A, es regnet nicht, und B, die Straße ist nicht nass, die Gesamtaussage ist ebenso wahr. Dies mag zwar etwas an den Haaren herbeiargumentiert erscheinen, wird aber vielleicht durch ein weiteres Beispiel verständlicher. Folgende Aussage ist zu überprüfen. Wenn es heute regnet, werde ich einen Schirm mitnehmen. Die Aussage ist nur dann falsch, wenn ich keinen Schirm mitnehmen würde, obwohl es regnet. Denn die Tatsache, dass es regnet, ist ja eine Bedingung dafür, dass ich einen Schirm mitnehme. Allerdings kann ich ja auch einen Schirm mitnehmen, wenn es nicht regnet, um ihn zum Beispiel jemanden mitzubringen. Dies wäre dann die Kombination 3, in welcher aus einer falschen Bedingung A, es regnet nicht, eine wahre Aussage B folgt. Ich werde einen Schirm mitnehmen. Eine Implikation ist nur dann falsch, wenn aus einer wahren Aussage A eine falsche Aussage B folgen sollte. B würde in dem Fall A widersprechen, wodurch die Gesamtaussage falsch ist. Im konkreten Fall heißt das, wenn es regnet und ich keinen Schirm mitnehme, ist die Aussage falsch. Entscheidend für die Implikation ist die Verknüpfung von Aussagen mit Wörtern wie aus A folgt B oder wenn A dann B. Würden wir im genannten Beispiel die Verknüpfung mit den Wörtern genau wenn A dann B herstellen, heißt die Verknüpfung B-Unktion oder Äquivalenz und wird mit einem Pfeil in beide Richtungen dargestellt, wodurch eine gegenseitige Abhängigkeit angedeutet wird. Für die Aussage nur genau dann, wenn es regnet, nehme ich einen Schirm mit, bekommen wir als erfolgende Wahrheitstabelle. Nun ist die Abhängigkeit zwischen den Aussagen A und B wesentlich enger als bei der Implikation. Das heißt, die Kombination 3 liefert ebenso einen falschen Wahrheitswert, da A und B den gleichen Wahrheitswert haben müssen, damit die Gesamtaussage wahr wird. Eine Bi-Unktion erkennt man im Unterschied zur Implikation also leicht an der Wortphrase genau dann, wenn oder nur dann, wenn. Dies waren auch schon die wichtigsten Möglichkeiten, zwei oder mehrere Aussagen miteinander in Beziehung zu setzen und daraus eine neue, wahre oder falsche Aussage zu erhalten. Auch alle Kombinationen dieser Verknüpfung von Aussagen lassen sich über Wahrheitstabellen darstellen und lösen. Bevor wir dies nun an einigen Beispielen üben, sollte man noch zwei besondere Arten von Aussagen erwähnt haben. Die Dautologie und die Kontradiktion Eine Dautologie ist eine Aussage, welche für jede mögliche Kombination von Wahrheitswerten für die darin enthaltenen Aussagen stets wahr ist. Rein sprachlich könnte man zum Beispiel sagen, entweder es ist Tag oder es ist Nacht. Diese Aussage stimmt immer, bestehend aus den Teilen A, es ist Tag und es ist Nacht B, die über ein logisches oder verknüpft sind. Aber auch die Aussage, wenn es Tag ist, ist es nicht Nacht, stimmt jedenfalls. In dem Fall sind A und B über eine Implikation mit der Negation von B verknüpft. Aber auch wesentlich komplexere Aussagen können Tautologien sein. Löse für zwei beliebige Aussagen C und D folgende Aussage in einer Wahrheitstabelle auf. Aus C und nicht D folgt C oder D. Dabei wirst du feststellen, dass der Wahrheitswert jeder Kombination für sich wahr ist. Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt. Man spaltet die Gesamtaussage in Teilaussagen auf. Sprich, man betrachtet C und nicht D sowie C oder D getrennt und bildet erst in der letzten Spalte die Inklusion. Eine Kontradiktion ist eine Aussage, welche für jede mögliche Kombination von Wahrheitswerten für die darin anhaltenden Aussagen stets falsch ist. Das einfachste Beispiel dazu wäre die Verknüpfung einer Negation über ein logisches UND. Es regnet UND es regnet nicht. Man kann aber auch wieder komplexere Aussagen betrachten. Versuche die hier angezeigte Verknüpfung zweier beliebige Aussagen A und B mittels einer Wahrheitstabelle zu lösen. Gehe wieder nach dem gleichen Schema vor wie beim vorherigen Beispiel. Dabei wird dir auffallen, dass die Gesamtaussage in der letzten Spalte für alle Kombinationen falsch ist, also eine Kontradiktion. Die Verknüpfungsarten und entsprechenden mathematischen Zeichen werden übrigens auch als logische Operatoren oder Jungtoren bezeichnet. Zusätzlich gibt es aber auch noch sogenannte Quantoren, um Aussagen miteinander in Beziehung zu setzen oder genauer zu definieren. Dies wird in einem der folgenden Videos gesondert erklärt.